Moin Leute! Herzlich Willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit dem 11. Video der Playlist Steckbriefaufgaben. Bisher haben wir in der Playlist euch Aufgaben gegeben, wo ein Text gegeben war und ihr musstet daraus die Funktionsgleichung ermitteln. Und jetzt geht es darum, wie man das grafisch macht. Das heißt, wir haben hier einen Graphen bekommen und aus diesem Graphen müssen wir jetzt die Funktionsgleichung ermitteln. Das ist auf jeden Fall deutlich schwieriger als das mit den Texten. Hier haben wir auf jeden Fall das Problem, dass wir zuerst am Anfang gar nicht wissen, welcher Funktionsgrad hier überhaupt gesucht ist. Und zum anderen wissen wir nicht, welche Bedingungen wir einsetzen sollen. Denn im Text war das einmal gegeben, wo der Extrempunkt ist und jetzt ist es natürlich nicht gegeben. Und ihr werdet in diesem Video sehen, wenn ihr die falschen Bedingungen einsetzt, werdet ihr nicht aufs Ergebnis kommen. In diesem Video zeigen wir euch alles, wie ihr da herangeht, geben euch eine Anleitung und wenn ihr das geguckt habt, seid ihr super vorbereitet. Die erste Hürde, die wir haben, welchen Grade hat meine Funktion? In den Textaufgaben war das meistens vorgegeben und jetzt müssen wir das selber hinkriegen. Wir gehen jetzt mal die wichtigsten Funktionsgrade durch. Das hier ist eine quadratische Funktion, eine Parabel, x hoch 2 kennen wir alle. Jetzt gehen wir aber mal systematisch daran und schauen uns an, woran wir das jetzt erkennen. Wir haben hier einen Extrempunkt und jetzt können wir uns schon merken, wenn wir einen Extrempunkt haben, dann ist es eine Funktion zweiten Grades. Ist logisch. Und eine Funktion zweiten Grades ist, ja, ax hoch 2 plus bx plus c. Das heißt, wir haben hier drei Parameter, die wir jetzt hier herausfinden müssen. Alles ganz einfach. Jetzt geht es weiter, wenn die Funktionen so aussehen, wir haben jetzt hier einmal zwei verschiedene Beispiele, einmal das hier und das hier. Das sind beides x hoch 3 Funktionen. Das hier zuerst. Bei dieser Funktion haben wir nämlich einen Sattelpunkt. Und jetzt könnt ihr euch merken, sobald ihr einen Sattelpunkt habt, haben wir auf jeden Fall eine x hoch 3 Funktion. Das reicht uns schon. Oder wir haben zwei Extrempunkte. Wir sehen hier, eins und zwei Extrempunkte ist auch automatisch eine x hoch 3 Funktion. Gut, wie die x hoch 3 Funktion aussieht, ist klar. Ja, hoffe ich. Ebenfalls. ax hoch 3 plus bx hoch 2 plus cx plus d. Das heißt, vier Parameter, die wir jetzt hier herausfinden müssen. Der nächste Funktionsgrad, ihr seht, es wird schon schwieriger, ist x hoch 4. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir wissen, was jetzt einen Sattelpunkt bewirkt und was einen Extrempunkt bewirkt. Wir können das nämlich aufrechnen. Bei der ersten Funktion haben wir nämlich einen Sattelpunkt, den haben wir hier, und einen Extrempunkt. Und wir haben ja vorher gesagt, bei der x hoch 3 Funktion, ein Sattelpunkt ist automatisch x hoch 3. Und jetzt können wir es halt aufrechnen, das meinte ich gerade, ein Sattelpunkt, x hoch 3, und der Extrempunkt kommt rauf. Das heißt, nicht x hoch 3, sondern x hoch 4. Wir können es also sozusagen zusammenrechnen. Ein Sattelpunkt und ein Extrempunkt, automatisch x hoch 4. Und wenn wir keinen Sattelpunkt haben, sondern nur Extrempunkte, dann reichen uns drei Extrempunkte. Wir sehen hier, eins, zwei, drei Extrempunkte ist auch eine Funktion vierten Grades. Und dann noch einmal, wie die x hoch 4 Funktion aussieht. Wir sehen es hier, das heißt, hier haben wir fünf Parameter, die wir herausfinden müssen. Jetzt gehen wir nochmal den fünften Grad durch. Hörwitz in der Regel nicht, außer es ist irgendeine Beschäftigungstherapie von eurem Lehrer. Hier seht ihr mal ein paar Beispiele, wie eine x hoch 5 Funktion aussehen kann. Und auch hier werden wir einmal systematisch herangehen. Gucken wir uns das erste Beispiel oben links an. Hier haben wir einen Sattelpunkt in der Mitte oder einen Wendepunkt. Das ist in diesem Fall egal. Wir haben jetzt hier, sagen wir einfach mal, das ist ein Sattelpunkt, plus zwei Extrempunkte. Also ein Sattelpunkt ist ja x hoch 3 schon mal gewesen. Und jeder Extrempunkt zählt einen Finger, also sozusagen einen hinzu, plus zwei Extrempunkte. Und da sind wir automatisch beim fünften Grad. Weiteres Beispiel, gucken wir uns mal hier unten an. Wenn wir zwei Sattelpunkte haben, sehen wir hier, hier und hier, zwei Sattelpunkte sind automatisch auch fünfter Grad. Ein Sattelpunkt, haben wir immer gesagt, zählt immer sozusagen zwei weiter. Also der erste Sattelpunkt war automatisch x hoch 3 und der zweite Sattelpunkt ist dann wieder x hoch 4, x hoch 5. Also da hatten wir sozusagen ja den fünften Grad. Und ein Beispiel haben wir jetzt hier unten noch gegeben. Hier sehen wir ganz viele Extrempunkte, genau vier Stück. Ihr seht ein, zwei, drei, vier Extrempunkte. Und bei vier Extrempunkten sind wir auch beim fünften Grad. Das sind so ein paar Beispiele, wie Funktionen fünften Grades aussehen können. Und in der Regel geht es nicht weiter bis x hoch 6. Funktion fünften Grades sieht so aus, ja schon relativ lang. Ihr seht hier x hoch 5, der erste Exponent, der sagt mir ja den Grad der Funktion an. Und dann sehe ich hier insgesamt die ganzen roten Buchstaben. Das sind die ganzen Parameter, die ich hier herausfinden muss. Hier muss ich sechs Parameter herausfinden. Und wie man diese Parameter herausfindet, das ist eine sehr große Fehlerquelle bei grafischen Steckbriefaufgaben. Wenn man nämlich sich die falschen Bedingungen nimmt, jede Bedingung kriegt man ja ein Parameter raus. Wenn man sich die falschen Bedingungen nimmt, kommt ihr nicht auf das richtige Ergebnis. Und ich zeige euch jetzt, worauf ihr zu achten habt. Also, welche Bedingungen wähle ich aus? Anhand dieses Beispiels einfach mal. Das ist eine x hoch 3 Funktion, sehe ich hier. Und jetzt gucke ich mir an, welche Bedingungen nehme ich eigentlich? Es gibt ja unendlich viele Bedingungen. Ich könnte ja jeden Punkt einsetzen oder Extrempunkte und nehme ich den Wendepunkt oder irgendwas oder die Nullstellen. Und ich sage euch, worauf ihr zu achten habt. Erstmal ist halt wichtig, ich brauche vier Bedingungen, weil ich vier Parameter habe. Ihr seht hier, rot markiert, das ist meine Parameter. Also brauche ich vier Bedingungen und das sind sozusagen meine vier Gleichungen. Jetzt schreibe ich das mal hier auf, vier Bedingungen und da habe ich 1, 2, 3, 4 einmal durchnummeriert. Jetzt schaue ich die Punkte an, die ich hier habe. Ich habe hier einmal einen Punkt, das ist der Punkt, den kann man ablesen. Das ist x gleich 1 und y gleich minus 2. Und dieser Punkt ist hier x gleich minus 1 und y gleich 2. Das kann ich in meine Ausgangsfunktion einsetzen und dann kriege ich zwei Gleichungen raus. Seht ihr hier, einmal für die erste einfach nur x gleich 1 eingesetzt, da kommt minus 2 raus. Und wenn ich minus 1 einsetze, kommt 2 raus. Da muss ich ein bisschen darauf achten, dass einmal Minus und Minus Plus ergeben. Deswegen steht manchmal Plus hier, manchmal ein Minus. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, ihr kriegt es hin, einfach einen Punkt in die Funktionsgleichung einsetzen. Und dann werdet ihr hier rauf kommen. Des Weiteren kann ich ja noch einsetzen, dass wir nicht nur Punkte haben, sondern Extrempunkte. Also ich müsste jetzt die Ableitung bilden und in die Ableitung einmal 1 einsetzen und einmal minus 1 einsetzen und es kommt 0 raus. Wenn ich das mache, mache ich jetzt einmal im Schnelldurchlauf, zeige euch, würde das hier rauskommen. Jetzt hätte ich auf jeden Fall meine vier Bedingungen und daraus vier Gleichungen. Und jetzt ist ganz wichtig, was ich am Anfang gesagt habe. Damit die Lösung eindeutig und richtig wird, müsst ihr einen Punkt einsetzen, wo der y-Wert nicht 0 ist. Das heißt, ihr müsst hier auf der rechten Seite gucken und hier muss irgendwas stehen und gleich 0. Einmal steht Minus 2 und einmal 2 da. Ein Wert reicht, ein einziger. Es darf nicht überall 0 stehen. Also ihr dürft sozusagen nicht den Ursprung einsetzen, 0, 0 oder Ableitung. Bei Ableitung und Wendepunkten und Sattelpunkten kommt ja überall 0 raus. Bitte einmal einen Punkt einsetzen, dass ihr beim Gleichungssystem einmal auf der rechten Seite mindestens eine Zahl und gleich 0 habt. Werdet ihr das Gleichungssystem lösen können und ja, das richtige Ergebnis, die richtige Funktionsgleichung herausbekommen. Und wenn ihr darauf nicht achtet, werdet ihr keine eindeutige oder gar keine Funktionsgleichung herausbekommen. Im nächsten Video üben wir den ganzen Spaß. Da gibt es eine Steckbriefaufgabe, ihr seht sie hier schon und das werden wir einmal grafisch lösen. Wir werden euch da Schritt für Schritt zeigen, wie man das macht. Wir werden euch Zeit geben, damit ihr das ein bisschen üben könnt. Ja, und Übung macht den Meister. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Ciao.